Hey, mein Name ist Nick von Unicorn Finance und in diesem Video zeige ich dir, wie du dir einen Kraken-Account erstellst, das heißt, wie du dich auf Kraken registrierst und dich verifizierst. Egal ob du Kraken, Kraken Pro, Kraken Futures oder Kraken OTC nutzen willst, alles ist über den normalen Kraken-Account erreichbar, auch wenn es sich um verschiedene Apps bzw. Webanwendungen handelt. Du musst also nicht für jede App bzw. jede Webanwendung einen neuen Account anlegen. Mit dem Kraken-Account, den wir in diesem Tutorial erstellen, kannst jede Anwendung von Kraken nutzen. Falls du noch keinen Kraken-Account hast und dir gerne erstellen möchtest, mach das am besten über den Link unten in der Videobeschreibung. Darüber unterstützt du nämlich nicht nur diesen Kanal, sondern landest du auch auf der richtigen Kraken-Seite. Wenn du dann auf der Kraken-Seite bist, klickst du oben rechts auf Create Account. Jetzt musst du, um deinen Account zu registrieren, eben deinen E-Mail angeben oben, einen Username angeben und ein Passwort eingeben. Der Username ist dann der Name, mit dem du dich später auf Kraken einloggst. Du kannst hier also einen beliebigen Fantasien-Namen nehmen. Das Passwort, was du vergibst, muss mindestens aus zwölf Zeichen bestehen, einem Buchstaben, einer Zahl und eben einem Sonderzeichen. Dann wählst du noch dein Land aus, aus dem du kommst und akzeptierst die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung. Jetzt musst du nur noch auf Create Account klicken. Du solltest dann eine E-Mail mit einem Aktivierungscode gesendet bekommen haben, an deine E-Mail, die du oben angegeben hast. Diesen Aktivierungsgut aus E-Mail gibst du jetzt hier ein und klickst dann nur noch auf Activate Account. Fertig. Dein Account ist jetzt erstellt und du solltest damit auch automatisch auf Kraken eingeloggt sein. Theoretisch kannst du deinen Kraken-Account jetzt schon ganz einfach nutzen. Allerdings sind viele Funktionen, wie zum Beispiel Geld ein- und Auszeilen nicht möglich. Um diese Funktion zu aktivieren, musst du deinen Kraken-Account noch verifizieren. Wie das geht, zeige ich dir jetzt auch noch. Dafür klickst du hier auf Get Started oder eben auf Get Verified. Dann klickst du hier auch noch mal auf Verify. Jetzt musst du in diesem Formular deine persönlichen Daten angeben, wie deinen Namen, dein Geburtsdatum, deine Adresse, deine Stadt, deine Postleitzahl und deine Handynummer. Wichtig ist dabei, dass der Name, den du jetzt hierbei auf Kraken angibst, dass es derselbe ist, wie der, auf dem das Bankkonto läuft, von dem du später Geld auf Kraken einzahlen willst. Denn es ist eben nur möglich, Geld auf Kraken einzuzahlen mit dem selben Namen des Bankkontos wie des Kraken-Benutzerkontos. Wenn du alles eingeben hast, klickst du auf Continue. Dann wirst du jetzt noch aufgefordert, deinen Beruf anzugeben. Hier gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Falls er nicht dabei ist, kannst du einfach Anna wählen. Das mache ich jetzt auch mal. Zum Schluss musst du jetzt noch angeben, womit du dich verifizieren möchtest. Entweder mit der ID-Card, die eben für deinen Personalausweis steht, oder den Passport, der für deinen Reisepass steht, bzw. die Driver-License, also den Führerschein. Für die Verifizierung selbst, die dann eben erfolgt, musst du lediglich ein Bild von deinem Ausweisdokument, welches du eben jetzt gerade ausgewählt hast, hochladen. Dafür legst du einfach das Ausweisdokument auf den Tisch und fotografierst die Vorder- und Rückseite ab. Du musst also für die Verifizierung kein Video-Chat mit deinem Angestellten oder sonstiges machen. Es reicht wirklich einfach, dass du deinen Personalausweis bzw. dein Ausweisdokument abfotografierst. Was natürlich eine sehr angenehme und auch schnelle Lösung ist. Wenn du dann beispielsweise ID-Card ausgewählt hast, klickst du dann unten noch auf Upload Foto und lädst eben die Bilder von deinem Personalausweis hoch. Ein anderer Weg, wie du den Verifizierungsprozess noch abschließen kannst, ist mit dem Handy, falls du eben keine Webcam hast oder auch keine Lust hast, das Bild vom Handy auf dem PC zu laden. Dazu installierst du einfach die Kraken-App auf deinem Handy und loggst dich ein. Wenn du dich das erste Mal auf deinem Handy in Kraken einloggst, musst du das Handy als neues Gerät noch hinzufügen. Dazu musst du es einfach per E-Mail bestätigen. Du solltest also direkt nach dem Login eine Bestätigungs-E-Mail erhalten haben, die du akzeptieren musst. Sobald du das Gerät bestätigt hast und eingeloggt bist, wird direkt oben auf dem Bildschirm auch schon Verify Identity angezeigt. Dort klickst du dann drauf. Deine Daten, die du bereits im Webbrowser eingegeben hast, sind gespeichert und müssen auch nicht erneut eingegeben werden. Du wählst also nur noch einmal aus, mit welchem Ausweisdokument du dich verifizieren möchtest. Nun öffnet sich deine Handykamera und du fotografierst einfach das Ausweisdokument, wie gerade oben beschrieben, von vorne und hinten ab. Fertig. Jetzt klickst du noch auf dann. Damit sollte dein Kraken-Account verifiziert sein. Zurück am Desktop aktualisierst du die Seite. Nun sollte dir auch dort angezeigt werden, dass dein Kraken-Account verifiziert ist. Darunter werden dir jetzt auch die Features angezeigt, welche dir durch die Verifizierung ab jetzt zur Verfügung stehen. Das war es auch schon. Jetzt hast du dein Account registriert und verifiziert. Wenn du jetzt noch oben links auf das Kraken-Icon klickst, um auf die Startseite zu gelangen, siehst du jetzt hier oben noch unterhalb des Menüs, welche Schritte du noch absolvieren solltest. Darunter zum Beispiel die erste Einzahlung auf Kraken beziehungsweise, dass du deinen Account eben noch absicherst mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung und dem Global Log. Wie du das alles machst, habe ich auch in verschiedenen Videos erklärt. Unten in der Videobeschreibung findest du die Tutorials dazu, wie du eben eine Ein- oder Auszahlung auf Kraken tätest, wie du deine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichtest und den Global Log aktivierst, um dein Account eben bombensicher zu machen. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Falls du noch Fragen hast, schreib mir die gerne unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, auf jede Frage zu antworten. Abonnier auch gerne den Kanal, damit du immer das richtige Tutorial griff parat hast. Und falls du noch keinen Kraken-Account hast, melde dich am besten über den Link unten in der Videobeschreibung an. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.